Ecomodul, der Multi-Achs-Servoverstärker. Mit dem Multi-Achs-Servoverstärker Ecomodul sind bis zu vier oder bis zu acht Servo- oder Schrittmotoren parallel ansteuerbar. Dank des modularen Gerätekonzeptes ist der Servoverstärker schnell kundenspezifisch aufgebaut. Sie profitieren von einem geringen Platzbedarf im Schaltschrank und reduziertem Aufwand für Montage. Der Servoverstärker hat eine maximale Eingangsleistung von 1080 Watt und kann 5 Ampere Dauerstrom pro Achse liefern. Die Integration des Ecomodul in die Maschinensteuerung kann über die Bussysteme EtherCat oder CanOpen erfolgen. Der Ecomodul Servoverstärker verfügt über digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Dank verschiedener Feedbacksysteme können unterschiedliche lineare und rotative Motoren betrieben werden. Als energie- und kostensparende Alternative ist auch ein Betrieb ohne Encoder möglich. Das Schaltnetzteil SN60 eignet sich perfekt für den gemeinsamen Betrieb und ist weltweit einsetzbar. Mit der Yad Engineering Software EcoStudio nehmen Sie per Micro-USB den Ecomodul Servoverstärker schnell und einfach in Betrieb. Eine Benutzerführung via Assistenten und eine Motor- und Achsendatenbank unterstützen Sie dabei. Einfache Bewegungsabläufe sind unkompliziert ohne Steuerungsprogrammierung mittels Sequenzeditor oder mit verschiedensten Technologiefunktionen im Ecomodul umsetzbar. Mit der Sicherheitsfunktion Safe Talk Off werden alle Achsen gemeinsam momentfrei abgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.jat-gmbh.de. Die Jena Antriebstechnik GmbH. Präzision und Leidenschaft erleben. www.jat-gmbh.de. Die Jena Antriebstechnik GmbH. Präzision und Leidenschaft erleben. www.jat-gmbh.de. Die Jena Antriebstechnik GmbH. Präzision und Leidenschaft erleben.